Herzlich Willkommen aus dem Bikepark beim Abonnententreffen und es ist gerade mal knapp zwölf Uhr irgendwas. Es ist noch nicht mal anfangen und wir sind hier schon knapp 30 leute. Adria Lam, Kimbali Balsch. Ich bin Dommelgöl. Das Tridem mit Anhänger ist am Start. Mikrofolge in der Kamera. Sehr gut. Kurze Frage, wer bin ich? Ich glaube ich bin krank. Was für eine Frage? Erkältung. Wo ist Tobi? Tobi ist leider nicht da, der ist krank. Der möchte aber kommen. Er ist noch beim Essen mit seiner Tante. So ein Arsch Alter. Lea ist beim Essen mit ihrer Familie. Tobi hat mir geschrieben, er ist beim Essen mit seiner Tante. Und das ist ja alles auch so wichtig. Tobi, Alter, du verpasst was. Aber er kommt ja noch. Du kriegst doch keine Mölsch mit. Aufkleber, Ausgabe. Ich glaube, dass er noch gewinnt. Junge, du musst noch Titeln. Darf ich auch noch? Schön verteilen. Junge, es sind einfach so viele Leute hier. Und die gönnen sich hier erstmal die Dirtle an Adria und mächtig am Film. Junge, es ist einfach komplett voll hier. Servus, Alter. Alle hier am Biken. Wer ist am Start? Das ist so nice. Sag mal was dazu. Kauft Merch, Leute. Kauft einfach Merch. Hast du den an? Ja, ich hab meinen an. Alter. Spendet Pfand. Und was ist mit diesem Merch? Er ist geil. Er ist supergeil. Er ist Klauschicht. Kauft euch. Er ist Klauschicht. Okay. Pass mal rein. Mega nice, dass ihr alle da seid. Ohne Witz. Elias? Ah, Maximus, ja? Wenn ich mir einen kaufe, machst du dann auch meinen Namen drauf? Du kannst ihn da selber drauf machen. Du kannst ihn da selber drauf machen. Du kannst doch das zu runter schreiben. Alter, das ist so nice. Dass ihr alle da seid, ich freu mich. Und Tobi kommt auch gleich. Ach, da ist Houston. Warte. Houston! Da hinten kommt Houston. Hey, Houston. Alles klar? Hallo. Guten Tag. Alles gut bei dir? Komm wieder her. Wir sind alle angereist. Junge, das ist so nice. Hast du noch mal die Zange? Wieso? Weil ich das nicht mehr haben möchte. Wie du möchtest nicht mehr haben. Fahr weiter. Fahr weiter, Junge. Und anwachen bitte. Ist an. Perfekt. So, wer hat noch nichts? Tobi ist unterwegs. Tobi kommt gleich. Mach Ehre. Also, ja. Was ist kostenlos? Da können wir ein Foto machen. Was ist kostenlos? Das Essen? Ja, klar. Warte, wir gehen das wieder zurück. Sehr gut. Ski, Leute. Wo ist Tobi? Wir müssen Tobi suchen. Nur wird geschehen, dass er noch ein bisschen braucht. Wir machen eine Schnitzeljagd nach ihm. Mach kurz ja selbst. Oh, was ist denn so? Halt doch Warten. Halt doch Warten. Halt doch Warten. Halt doch Warten. Was sind wir denn hier? So. Wir spielen. Wir haben doch keine Gabelbinder. Uh. Ja. Juuuut. So viele Leute hier, ey. Hat man sich schon mal irgendwie... Was denn? Hat man sich irgendwie... Schönen guten Tag. Um was geht's? Hat man sich schon mal irgendwie ein Treffen und es kamen nicht mal ansatzweise so viele? Ja, das war wohl einfach falsch gelegt. Falsch gelegt? Alter, sieht man aber. Ja. Du bist Kamera-Frau oder was? Geh rein. Elias, das war mal Tandem. Ja, später. Ich komme gleich wieder, ne? Okay. Lass es zwei Stunden fallen. Ja, zwei Stunden. Bis in zwei Stunden dann, ne? Ja. Ja. Wir werden gleich grillen. Na? Ja. So sieht's aus. Das Tandem wurde hier auch schon... Ähm... Modifiziert. Modifiziert. Das ist das Wort, was du suchst. Das geht gleich richtig ab, ja. Ja, und dann wird auch gleich schön gegrillt. Freude. Wo ist der Gründervater? Skii! Freispiel. Freispielpark. Perfekt. Mehr hat noch nicht. Wir brauchen noch Kabelbinder. Fabiii! Ich bin ein Autist. Was denn? Von wo kam das? Ach, da. Schau, wo ist noch keins dran? Hauptnarben für die Menschheit. Was soll das werden? Was soll das werden? Das weiß ich auch noch nicht. Hauptnarben für die Menschheit, Leute. Wollen wir hier an jedem Reifen eins dran machen beim Tandem? Ja, knapp. Das ist alles. Ich weiß. Schießtapier unterwegs. So. Wo ist noch eins? Wo sind wir denn hier? Wenn die gleich alle mit ihren Beinen los machen. Ja, das ist los. Los. Ja. Junge. So eine Behindertenaktion gibt es doch echt nur bei uns. Ja. Was haben wir denn hier? Ja. Guten Tag erstmal. Ja, guten Tag. Du hast was mitgebracht? Ja. Er hat einfach einen kompletten Pfandsack mitgebracht. Ja. Wie heißt du bei Instagram? 41 unterstrich allem Niklas unterstrich 8 unterstrich. Sehr gut. Unterstrich unterstrich. Alter. Ja, bitte. Vielen Dank, Mann. Ja, kein Problem. Junge hat einfach einen kompletten Sack Pfand mitgebracht. Jetzt hab ich die Pfand. Genau so muss das sein. Das kommt erstmal ins Pfandmobil. Was? Ab ins Pfandmobil. So, perfekt. Passt. So muss das. Ja, mal so. Schon besser. Alter, das Pfandmobil ist voll. Was sagst du dazu? Kommt in den Keller, ne? Ist richtig. Das kommt mit in den Keller. Ab heute bin ich die Kabelbinderfrau. Guten Tag. Meine Kabelbinder. Ah ja. Meine Zange. Und die Fahrräder. Und die Frau. Und die Frau. Hört sich gut an. Wo ist jetzt Tobi? Schlechte Neuigkeit. Er geht nicht an sein Handy. Kann's doch nicht sein. Was ist mit Tobi nicht richtig? Was ist mit ihm? Wer weiß, was er gerade mit Lea macht. Lea ist ja nicht da. So, ein auf den. Wir sind halb drei da. Plus minus fünf Minuten. Ne, 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 ne. Das war plus minus eine Stunde. Ja. Wo ich auf ihn gewartet habe. Soll ich ihn warten? Ja, bitte. Ich hasse die Verspätung von ihm. Der Anschiss wird gefilmt. Der Anschiss wird gefilmt. Helplich. Schrei das nochmal. Helplich. Ohne Hand darfst du nicht fahren. Ist richtig. So ein Mongo. Gut. Jetzt darf ihm erstmal jeder einen Arschschritt verpassen. Was ist denn? Er ist da. Es ist endlich angekommen. So. Es ist angekommen. Jeder verpasst jetzt einen Arschschritt. Sorry. Alles klar. Alles gut. Hi. Junge, Junge. Flüssig. Boah. Stabil. Stabil. Ja, warte. Hast du die Wändergriffe mit? Von Lea. Von Lea. Nicht die Wändergriffe. Genau. Ja Tobi. Ja. Bringst du Handschuhe? Ja. Ich habe Handschuhe mit. Dann schmeiß mal einen Grill an. Hast du den schon rausgeholt? Nein. Dann haben wir noch gar nichts gemacht. Wo ist der Schlüssel? Wir haben die ganze Zeit Fotos zu den Aufklärer verteilt. Ja, dann hol du den Grill. Hast du den Schlüssel? Ja, aber ich wollte das Essen noch holen, weil wir haben das noch nicht mitgenommen. Ja, alles klar. Der Schlüssel? Silas hat glaube ich den Schlüssel. Silas. Du Arsch kommst zu spät. Sagst du mir auch vernünftig guten Tag? Wo hast du so viele Fahrräder liegen? Tobi, was sagst du zu dem Pfandsack? Ich sage... Guck den Keller mal. Leife Leistung. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Leife Leistung. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Leife Leistung. Erst hatten Lolli erst. Leife Leistung. Leife Leistung. Leife Leistung. Ja, aber nütz. Mh, nütz. Mh, nütz. Mh, nütz. Mh, nütz. Mh, nütz. Mh, nütz. Ausräumt. Nein. So, ein bisschen fast. Du darfst wieder vorne. Boah. Ich soll. Ja, das soll. Hier läuft der Grill, Alter. Die Abonnenten... Pass drauf auf. Die Abonnenten gönnen sich ihre Lunge. Schön immer wieder einatmen, ne? Jetzt wird ihr richtig schön gegrillt, gefahren. So wie das sein soll. Ihr seid solche Ehrenmänner, wisst ihr das? Weiß ich. Ja, danke. Ihr kriegt die erste Wurst. Irgendwie müssen wir was zu essen kriegen. Ja? Ja, alle die das hier anmachen. Philipp macht mit. Ja, ich mach mit. Jetzt gleich alle umgrillen. Boah. Aua. Tobi, was sagst du eigentlich zu dem Abo-Treffen? Sieht gut aus. Also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also damit hätte ich mal gar nicht gerecht. Vor allem, dass bei so einem Wetter hier so viele Leute herkommen. Ja. Das ist schon so ein bisschen krank. Music. Das ist schon so ein bisschen heftig, Alter. Ja. Grüß dich. Alter, seid ihr heute eingetroffen? Ja. Ihr seid eingetroffen. Ein Mitglied der Lamspringer Wheelie Bikers. Sehr nice. Lamspringer Wheelie Bikers. Ja, so ein Musters. Schutzmaßnahmen sind am Start. Das ist gut. Packen die Leute jetzt ihren Pfand rein? Ja, einfach zu dem Wagen. Einfach zu dem Wagen. Wir haben viel Pfand mit. Ja, viel Pfand mit. Das müssen wir natürlich dokumentieren. Wir packen erstmal einfach rein. 20 Cent kann ich das auch irgendwie? 20 Cent? Ja klar, gib mir einfach so. Hier. Ey, 20 Cent. Tobi, 20 Cent. Kleingeld spenden immer zu mir. 10 Cent. Dankeschön. Ey, das waren wir. 40 Cent halt. Direkt Bargeld spenden. Dankeschön. Dankeschön. Alter, diese Leute. Das ist, das ist stabil. Was? Davon kann ich erstmal tanken gehen, glaube ich. Danke, Mann. Wir gradigen das jetzt. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, wir begradigen das jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Tobi. Doch. Wer hat sich denn das jetzt geführt? Junge. Auf Nacken. Alter. Ehre. Die Ehre ist am Start, Mann. Ohne Witz. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Darf ich dir einmal durch die Haare wuscheln? Danke. Danke. Okay. Okay. Also bitte. Okay, wer ist denn da? Ja, das sag auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Ist das ein Fein? Okay. Leider kein Ziel. Leider kein Ziel. Das darf doch nicht wahr steinern, Leute. Waaah steinern. Das ist das riesigste Paket, was wir jemals bekommen haben. Okay. Hier gibts auch Soße. Pack drauf. Auf welchen. Auf welchen. Ist da noch Platz auf dem Dreh? Nee. Ja. Okay. Was soll ich denn machen? Also, wir sind nicht mehr so viele, aber wir sind alle noch am Start. Und jetzt haut mal eure Namen raus. Dennis. Dennis. Luca. Luca. Vito. Jason. Nochmal Jason. Malte. Lorenzo. Leon. Martin. Hab keinen Namen. Sehr gut. Marvin. Prin. Abonniert mich auf Instagram. Bin. Alle am Start hier. Und Nils. Und Nils. Alle und natürlich Ehren Adrian. Alle nur hier wegen uns. Wegen dem Abo-Treffen. Und da ist Houston mit seiner Olight. Ich bin immer noch gut. Was ist denn hier? Ja. Einer ist nur wegen dem Essen hergekommen. Also an euch vielen Dank, dass ihr hier wart. Mega heftig, dass ihr den Weg auf euch genommen habt am Sonntag. Und dass wir so eine geile Zeit zusammen hatten. Beim nächsten Mal gibt es natürlich wieder Aufkleber und alles. Ja man. Also die 10.000 Aufkleber sind jetzt leer. Ja ich muss erst mal neue bestellen. Es dauert ein bisschen. Heftige Sache. Ultra heftige Sache. Einfach nur Danke an euch alle. Gerne. Skit. Skit. Stabil. Und danke für die ganzen Pfandflaschen. Ja man. Ja. Jetzt wird hier noch ein bisschen. So wer ist hier der Neger. Jetzt ist hier noch ein bisschen Fahrt.